hallo da sind wir wieder hier in starlight drive in und ich muss sagen ja mir ist ein kleiner faux pas passiert bei den aufnahmen nach dem rendern ist es immer so dass ich die original aufnahmen also lösche ich prüfe dann natürlich ob die auch gerendert wurden weil es mir schon mal in der vergangenheit passiert dass ich gelöscht habe und dann wurde gar nichts gerendert diesmal habe ich in der liste gesehen dass alles in ordnung waren die folgen waren alle da die letzte folge allerdings und das habe ich nicht gesehen war auch in der liste der gerenderten folgen allerdings wurde sie nicht richtig gerendert da die festplatte vollfach ein phänomen das hier schon lange nicht mehr vorgekommen ist und somit war die letzte folge leider nicht mehr drauf die hatte ich dann gelöscht also und versucht auch noch mal wieder herzustellen mit drei verschiedenen tools sie wurde angezeigt aber ja das eine tool dass die wieder angeblich wieder herstellen hätte können das hätte mich 70 euro gekostet da war ich nicht bereit das zu bezahlen weil ich in verschiedenen foren gelesen habe dass das tool einfach sagt es kann die wiederherstellen und bei der herstellung dann feststellt es geht doch nicht also weil ich nicht bereit 70 euro dafür zu bezahlen auf gut für eine folge die 30 minuten dauert in der letzten folge haben wir denke ich auch nur diese betonflöcke hier drunter gemacht das hat ziemlich lange gedauert und ich meine das war es auch gewesen mittlerweile nach dem neuen laden ist hier unser unser herr in smoking wieder aufgetaucht hier ist und den können wir jetzt zuweisen und zwar dem der bar der war ja für die bar da jetzt müssen wir erst mal gucken wo haben wir die bar überhaupt hingestellt aber ich glaube die war hier bei der fabrik ja genau hier ist die war das ist ziemlich leise ich glaube ich habe hier einiges verstellt nur gut jetzt ist sie zugewiesen und alles ist gut die moral steigt auch weiter und wir können jetzt mal sehen ob wir hier noch ein bisschen was verkabelt bekommen wir haben ja ja das haben wir wahrscheinlich auch in der folge die jetzt fehlt gemacht einige kabel hier abgenommen ansonsten hoffe ich dass ich die den speicherstand jetzt erwischt habe der am wenigsten verlust noch hat das meiste müsste eigentlich online sein es ist bisher noch nicht passiert so wie ich mich erinnern kann dass irgendetwas fehlt aber das war wirklich jetzt nicht mal wieder herzustellen und ja wie gesagt wir haben soweit ich mich erinnern kann unten diese betonpfeiler irgendwie drunter gebaut das war auch eine ziemliche ja ich sag mal es hat gedauert und es war ein geduldsspiel wir haben also diese betonpfeiler genommen die haben wir nichts also das ist nicht der betonpfeiler das ist er heißt ja auch betonmauer also wir haben dann hier so vier oder sechs stück drum gebaut und dann einfach das in der mitte stehen gelassen so hier einzeln da einzeln da einzeln bis irgendwann in die mitte auch eins gepasst hat und dann haben wir die rausgenommen und schon stehen unsere pflöcke nicht mehr in der luft sondern auf betonpfeilern aber das müsste es auch gewesen sein vielleicht noch die kleinigkeiten wie gesagt hier mit dem strom da wollen wir uns in dieser folge mal drum kümmern dass wir also die verkabelungen hier neu anbringen erstmal gucken wo wir überhaupt das problem mit der verkabelung ist vielleicht ist das gar nicht so ein großes problemchen ja also hier fehlt was an verkabelung und hier drin jetzt natürlich auch und hier oben und dann müssten wir mal gucken ja das wäre am besten wenn wir also von hier irgendwie wenn wir das hier mit strom versorgen könnten ja und da gucken wir jetzt mal ob wir genau hier vielleicht was nehmen können das etwas näher stellen das ist jetzt auch nicht so schön wenn das hier so rum steht ja wir schauen mal dass wir das einigermaßen schön hinbekommen und wir wissen ja noch nicht wie sich die wagons mit den anderen teilen verhalten da können wir jetzt mal schauen ob zum beispiel ja diese teile hier sich anbringen lassen ob die kompatibel sind sind sie wie man sieht und wir können dann hier ein bisschen energie runter leiten um die ecke gehen hier da kann man sich böse den kopf dran stoßen mal sehen ob das so hinhaut wie ich mir das wünsche das dahin das hier und dann hier um die ecke ja wunderbar ja so geht das doch schon mal hier noch einer hin und wieder hoch damit niemand durch das kabel laufen muss so geht man gut um die ecke und schön nach oben holla und was ich gerade sehe wir haben ja ganz schön wenig material also wir können ja wenige bauen das liegt daran dass unsere fabrik mittlerweile fleißig gearbeitet hat und die meisten dinge jetzt durchgelaufen sein müssten auch darum wollen wir uns jetzt noch einmal kümmern und schauen ich glaube hier vorne das teil können wir es aber abnehmen wenn wir das hier verbinden können ja wunderbar und alles leuchtet und blinkt wieder das hier vorne werden wir wahrscheinlich irgendwann mal wegnehmen können das ist ja jetzt über sozusagen aber vielleicht bauen wir hier auch noch irgendetwas hin mal sehen hier bewegt sich alles hier leuchtet alles wunderbar wir haben und unser laden hat auch wieder saft ja dann schauen wir uns jetzt nochmal an was unsere fabrik so gemacht hat bisher es hört sich hier still an hier wird also nichts mehr rausgesaugt aus unserer werkstatt die werkstatt ist auch leer und dann gucken wir was ist denn überhaupt noch übrig geblieben was ist hier oben angekommen was müssen wir noch einsortieren oder was ist soweit gut die die ganzen kleidungsstücke die sollen ruhig hier ankommen das ist gar nicht so schlecht die wollen wir dann verkaufen später und hier haben wir noch eine bourbonflasche das ist gut und den kickball das sind die einzigen schrottteile die hier zum schluss noch angekommen sind das heißt der rest ist schon alles aussortiert und die munition die 38er und die schrotpatronen die können hier ruhig ankommen das sind auch sachen die wir verkaufen wollen aber die bourbonflasche die hätte hier eigentlich nicht ankommen sollen du suchst hoffentlich keinen ärger ich erinnere mich auch gar nicht daran dass wir die bourbonflasche hier überhaupt in unserem sortierer eingepackt haben also schauen wir mal burgunderrote flasche war das letzte bourbonflasche haben wir also wirklich nicht hier drin das heißt die fehlte noch ich hoffe da wird keine andere flasche mehr fehlen das werden wir aber bald sehen wenn die durchlaufen aber das müsste es jetzt auch so langsam mal gewesen sein ich glaube eine grünet pilsner könnte hier noch rein das wäre vielleicht noch was was fehlt und die kleine babyflasche haben wir auch die leeren milchflaschen alles wunderbar ja den kickball und die baseballs die können wir neben vorne noch reinpacken dann räumen wir gleich auch mal hier auf da sind ja doch einige sachen daneben gegangen ja an der stelle möchte ich mich auch bedanken für die tipps die ich in den kommentaren unter den videos gelesen habe wir werden davon einiges gleich mal ausprobieren kupfer haben wir auch aber erstmal kommt hier der kickball rein wenn er nicht schon drin ist manchmal flutschen wir auch so durch das hatten wir ja auch schon mal beobachtet ist aber relativ selten also dafür dass es so selten passiert naja da kann man nicht selber aussortieren der kickball kommt rein und mal sehen ob wir kupfer hier drin haben ich glaube aber kupfer war drin ja kupfer hätte aussortiert werden sollen schauen wir mal wie das mit dem baseball aussieht aber der müsste eigentlich auch drin sein naja baseball die base bälle baseballs die liegen ja überall noch auf dem förderband verteilt und die laufen halt nicht ganz so gut über das förderband aber sei es drum die werden immer wieder hinten ankommen es ist ja nicht so tragisch da ist glaube ich ja ein bisschen kork drin oder plastik mal sehen was haben wir denn da drin in den kickball ich meine baseball kork und leder ja gut das brauchen wir nicht allzu häufig im moment noch nicht das werden wir wahrscheinlich öfter brauchen wenn wir uns irgendwie um die maschinen mal kümmern dass die maschinen dass die maschine halt um die kleidung was erzähl ich gerade wenn wir uns um die kleidung kümmern dann werden wir wahrscheinlich auch mehr von diesem kork benötigen auf jeden fall von leder bei kork bin ich mir gar nicht so sicher wofür wir kork überhaupt brauchen räumen wir noch ein bisschen hier auf das ist größtenteils falsch und dann schauen wir mal ob wir hier wirklich etwas anhanden also wollen wir das wegnehmen ja das müsste ganz gut hand und doppeln wenn wir das so machen und ja dann kommen wir mal zurück auf die Kommentare da war nämlich die Idee geboren dass wir vielleicht damit hier nicht alles so runter springt dass wir hier eine Schläge drunter bauen das probieren wir mal raus und es klappt aber ich sehe schon es könnte klappen ich dachte jetzt es wäre zu hoch jetzt aber es könnte wirklich klappen ob es dann was bringt müssen wir sehen und ich überlege ob wir hier vielleicht ein kleines an den Zwischenboden bauen ob wir es besser passen müssen wir mal ausprobieren nehmen wir das einfach mal hier her ja gut also der Ball vielleicht hier der ist okay Eis jetzt klappt das und dann gucken wir mal ob das mit der Schläge auch klappt ja es würde so klappen allerdings fällt das ja jetzt nicht aufs Band also das wird hier jetzt mal ein bisschen schwierig wir können natürlich hier versuchen in zufällig damit etwas anzuhören das wäre jetzt nicht so gut wenn wir den versetzen würden die fallen ja jetzt alle ganz schön hier von den Fließband da oben hier in den Zufeltrichter hinein ja komm so ein Stückchen nach vorne könnten wir vielleicht noch und assistieren wir einfach mal und so sollte das ganze Randschein nicht mehr so oft von Wand hoffen also es funktioniert vielen Dank nochmal für den Tipp und wir wissen natürlich ja okay es wird hier noch reinfallen es wird noch klappen es müsste klappen wir können das ja mal testen gucken ob hier nicht alles verstopft ob es dann wirklich rauskommt mal sehen nehmen wir mal hier gleich den Baseball das Kupfer und den neuen Spielzeugtruck können wir ja gleich mal reinwerfen und dann hatten wir Fleisch hier auch noch aufgesammelt vom Mischlingshund dann hatten wir Mais noch Niuka Cola und ja die Niuka Cola ist ein gutes Testobjekt die fällt nämlich ganz gerne mal runter und die anderen Sachen werden einfach zu groß sein wirklich okay das funktioniert sehr gut und auch das scheint besser zu funktionieren ja jetzt da fällt nichts mehr runter tatsächlich also auch da muss man ein bisschen trinseln und wenn man die entfernen richtig hinbekommt wie man sieht funktioniert das ganz gut danke nochmal das habe ich jetzt schon überhaupt zum dritten Mal gesagt aber kann ja nicht schaden lieber ein paar Mal mehr als einmal zu möglich harte Arbeit wie jeden Tag immer das Gleiche das wäre natürlich super wenn wir das hier auch noch unbefrocken könnten aber hier ist jetzt der Energieverteiler mit dabei dennoch bin ich dafür dass wir hier vielleicht eine Schläge mal wenigstens so dran bauen naja ich hoffe meine Befürchtung ist immer das war ja ein ganz schönes Gefrickel hier die Sachen da drunter zu bekommen und meine Befürchtung ist halt dass wir das nachher nicht wieder so aufgebaut bekommen wenn es jetzt nicht klappen sollte zum Beispiel aber das klappt auch nie ganz gut ja gut das sollte uns reichen das ist zwar jetzt nicht ganz so schön wie in der Fabrikhalle drin aber das soll erstmal so gut sein vielleicht springt da dann auch nicht mehr so viel vom Fließband runter und hier machen wir das Gleiche nochmal ja wie es aussieht werden wir hier etwas mehr das wird etwas schöner aussehen hier ja gut also hier das wird so weit aber man könnte vielleicht hier noch etwas anderes ausprobieren eine schräge Sofa und dann oben nochmal so eine kleine oh ja das passt ja gut da sieht jetzt noch nichts aus irgendwie und man muss natürlich jetzt überlegen ob das Ding hier oben überhaupt läuft aber sollte es eigentlich da ist auf jeden Fall man hört es ist wieder was in die Werkstatt gekommen oder es sind die Bälle die jetzt so nach und nach durchlaufen aber nein man sieht es sind Materialien hier durch unsere Bründerstation vermutlich jetzt sieht man das auch mal was die Bründerstation so leisten kann denn die Werkstatt die war ja komplett leer und ja da ist ja ordentlich was rausgekommen jetzt Glas wird eingesammelt aus der Bründerstation kann ja nur da herkommen ja das ist doch mal eine super Idee mit dieser Schräge wir haben aber noch mehr Anzug für Trichter da müssen wir mal schauen ja auch hier wie man sieht da fällt jetzt nichts mehr vom Fließband runter ich bin begeistert ja allerdings was ist denn da durchgelaufen jetzt eigentlich dürfte doch hier nicht mehr so viel kommen Quack müssen wir sofort mal gucken ob das hier überhaupt ankommen dürfte das sollte eigentlich am Anfang aussortiert werden Kupfer wieder schmeißen wir alles nochmal in die Werkstatt rein das ist wahrscheinlich durch den ersten nicht durchgelaufen Kork kann sein dass es gar nicht drin ist machen wir noch was das war es wohl erstmal schmeißen wir mal den gesamten Schrott hier wieder rein Baseball Kork ja gucken wir mal ob das hier drüben drin ist oh hoppla ob das hier überhaupt aussortiert wird Kork die ist schon richtig lang die Liste aber das soll sie ruhig sein und es müsste natürlich auch aus unseren aus den anderen ja Kork ist drin aus den anderen Siedlungen müsste natürlich auch noch irgendwie was reinkommen aber nicht in dieser Siedlung also zum bauen sollten wir ja Zugriff haben auf die Sachen von anderen Siedlungen aber das sah mir jetzt irgendwie gar nicht so gut aus aber was hatten wir hier noch eine Waffe drin hier also die zwei 10mm Pistolen auch die lassen wir jetzt einfach nochmal durchlaufen hier ja da kann man sehen hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln ach was ihr habt das doch schön hier ich finde das schön hat ein bisschen was von so einem Marktplatz Endzeit Marktplatz hier könnten wir vielleicht noch ein Gerüst hinstellen wenn wir das denn können ja ich bin für diesen platzsparenden kleinen hier das heißt da gab es noch eins ja ich glaube dieses hier ja und man könnte sogar das noch nach oben führen damit man dann oben auch irgendwie auf die Waggons kann aber das muss jetzt denke ich nicht sein machen wir das mal lieber hier zu einer Platte und natürlich Treppen muss es oder Treppen ja oder so diese was hatten wir da noch ja diese diese Rampen hier sowas könnte ich mir ganz gut denken hier ah das sind auf dem Boden sind diese diese Poller im Weg wahrscheinlich das reicht ja auch nehmen wir so eine Rampe hoch dann kommen die Verkäufer auch an ihre Stände und sie kommen hier auch an ihren Betten da könnten wir eigentlich die Verkäufer auch zuordnen gleich zuweisen so ich denke aber wir machen hier mal einen kleinen Schnitt gehen mal bequem schlafen irgendwo wir können uns ja hier mal in so ein Bändchen reinlegen ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen wir schauen uns nochmal an was unsere Zuführtrichter gerade machen ja wunderbar es läuft auf jeden Fall ja dann sag ich Daumen hoch für euch machts gut und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss